Hacker als Beruf. Von vielen die Traumvorstellung und ein kleines bisschen auch berühmt geworden durch Film und Fernsehen. Doch eigentlich gibt es da mehrere Varianten und heute wollen wir uns den klassischen Hacker von zu Hause aus angucken, nämlich den Pentester bzw. den Bug-Bounty-Hunter. Der Bug-Bounty-Hunter ist selbstständig, das heißt er hat eigentlich keinen Chef, sondern er ist in Bug-Bounty-Programmen, wie der Name schon sagt, involviert. Was genau Bug-Bounty-Programme sind und wie ihr da anfangen könnt, das wollen wir heute klären. Bug-Bounty-Programme sind Programme, bei denen Firmen, die eine Applikation, eine Web-App, also eine Webseite oder eine zum Beispiel mobile App oder irgendwas anderes programmiert haben und die wollen sie jetzt auf Sicherheit überprüfen lassen von einem oder mehreren professionellen Hackern. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das höchstwahrscheinlich rechtlich sehr, sehr schwierig ist, da abzugrenzen, was genau gemacht werden darf und was eigentlich schon illegal ist, weil im Endeffekt ist die Tätigkeit nicht zu unterscheiden von dem, was echte Hacker, also die Bösen quasi da draußen machen. Deswegen muss man das ganz genau abklären und weil ich kein Experte für Rechtsfragen bin, habe ich heute Hilfe bekommen von der Kanzlei WBS. Bei der gibt es jetzt tatsächlich ein Video speziell für diejenigen, die im Bug-Bounty-Programm mitarbeiten wollen. Ihr findet das Video natürlich sowohl in der Infokarte als auch in der Beschreibung als auch natürlich in der Endkarte. Das heißt, schaut da definitiv mal vorbei, denn das ist essentiell wichtig, dass ihr das wisst, was ihr da beantwortet bekommt, damit ihr mit Bug-Bounties anfangen könnt. Okay, was sind also Bug-Bounty-Programme genau? Nun, ihr müsst einen Bug finden und bekommt dafür einen Bounty. Das heißt, einen Fehler finden und ihr bekommt dafür ein Kopfgeld. Im Endeffekt seid ihr Kopfgeldjäger der modernen Gesellschaft, okay? Okay, ihr versucht quasi in dem, was da registriert wurde, also in der App oder in der Webseite oder was auch immer da getestet werden soll, versucht ihr eben einen Fehler zu finden, der meistens Sicherheitsprobleme mit sich führt. Und das kann wirklich alles Mögliche sein. Und es gibt auch sehr, sehr viele Geschmacksrichtungen. Deswegen ist es enorm wichtig, genau zu wissen, was in dem Vertrag drinsteht. Zunächst einmal wollen wir eben klären, was könnte da alles drinstehen und was sollte da vor allem auch drinstehen. Und als allererstes haben wir mal den Scope. Der Scope definiert, was genau eigentlich eure Angriffsziele sind. Und der kann von sehr, sehr speziell bis hin zu sehr, sehr allgemein reichen. Das Allgemeinste, was man sich zum Beispiel vorstellen könnte, wäre Sternchen.example.com. Das ist quasi ein Scope auf der DNS.example.com und inkludiert alle Subdomains. Das heißt, es gibt wirklich alles, was zu example.com gehört, gehört auch zu dem Pentest dazu, den ihr da durchführen sollt. Das ist wirklich sehr, sehr viel. In vielen Fällen habt ihr was sehr, sehr Kleines. Also zum Beispiel nur abc.example.com, was dann eine Subdomain ist, wie zum Beispiel ein Admin Panel. Das wird sehr, sehr gerne gefragt oder eben andere kleinere Mini-Services, die man dann testen soll. Aber eben in manchen Fällen will man dann auch einfach alles testen. Das ist auch tatsächlich sinnvoll, wenn man da alles mal durchtestet. Das zweite ist natürlich der Fokus. Also worauf ist wie viel Bounty ausgesetzt? Wie viel Kopfgeld bekommt ihr für welchen Bereich sozusagen? Und das bedeutet, wenn wir jetzt hier zum Beispiel Sternchen.example.com haben und da steht dann drin, wenn ihr eine Cross-Site-Scripting-Schwachstelle findet, dann bekommt ihr 100 Euro. Aber wenn ihr eine SQL-Injection findet, bekommt ihr 10.000 Euro. Dann ist klar, was ihr vielleicht zuerst testen solltet. Also das sollte auch immer in eurem Kopf drin sein. Aber es muss natürlich auch im Vertrag geregelt sein, wie viel ihr für was bekommt. Das dritte ist Exclusions. Also was ist nicht mehr drin? Und hier ist es sehr, sehr wichtig, gerade bei Web-Applikationen, dass das auch exakt definiert wird. Denn, naja, dritte Partys sozusagen, also Third-Party-Dateien oder Third-Party-Webseiten, die eingebaut sind in die Webseite, die sind teilweise nicht immer im Vertrag wirklich ausgeschlossen. Die dürfen aber gar nicht im Vertrag eingeschlossen sein, weil der Hersteller von zum Beispiel Example.com hat natürlich keine Rechte, auf Google Maps zu entscheiden. Das heißt, ihr dürft natürlich nicht Google Maps Pen testen, wenn da aber das nicht excluded ist. Und das heißt, es muss definitiv festgehalten werden, wer eigentlich wie dazugehört. Und wenn da drin steht, alles soll getestet werden, dann fragt im Zweifelsfall lieber noch einmal zu viel nach, als einmal zu wenig. Denn wenn ihr zum Beispiel aus Versehen, wie gesagt, Google Maps angreift und, naja, Google beschwert sich dann bei euch, kann das ziemlich böse für euch werden. Hier nochmal der Verweis an Kanzlei WBS. Das dritte ist natürlich hier die Umgebung. Das heißt, wo genau dürft ihr eigentlich drauf testen? Ist das die Produktivumgebung? Was in den meisten Fällen kritisch ist, weil wenn ihr dort aus Versehen was kaputt macht, dann kann es halt sein, dass der ganze Service nicht mehr funktioniert. Also wenn ihr, sagen wir mal, Example.com aus Versehen zerstört, weil ihr gerade am Testen seid und da irgendwas findet tatsächlich, ist das vielleicht nicht so gut. Auf der anderen Seite gibt es natürlich sogenannte Staging Environments. Das heißt, die, die quasi dasselbe sind wie Example.com, die allerdings nicht auf Example.com stehen. Also das heißt, wenn man auf Example.com geht, geht man halt auf eine andere Webseite als auf dieses Staging-Ding, sondern auf die Produktivumgebung eben. Und diese Staging-Umgebung, die kann man natürlich einfach so kaputt machen, ohne dass man wirklich was kaputt macht, weil man die einfach wieder von vorne aufsetzen kann. Das hat den Vorteil, dass ihr quasi ein identisches System habt, nur für euch zum Testen. Und das ist wirklich sehr, sehr clever und sehr angenehm, wenn man das eigentlich so bedenkt. Und deswegen, in den meisten Fällen bevorzugt man eigentlich Staging-Umgebung. Manchmal kommt man aber auch auf Produktivumgebung. Und das muss definitiv im Vertrag geregelt sein, was ihr da angreifen sollt. Jetzt hat man natürlich hier noch ein weiteres Ding. Und zwar, die meisten Webseiten haben irgendwie ein Login. Teilweise ist natürlich der Login auch gegeben. Das heißt, man soll den testen. In den meisten Fällen wird das der Fall sein. Aber meistens möchte man natürlich auch das nach dem Login weiter testen. Also zum Beispiel, ich muss mich bei Google anmelden, bevor ich zum Beispiel Gmail überhaupt benutzen kann. Und bevor ich also Gmail auch testen kann. Hier muss euch im Vertrag gegeben sein, sollt ihr euch selbst anmelden bei dieser Plattform und sollt ihr dann mit diesem Login eben die Sachen testen? Oder sollt ihr lieber einen geteilten, von denen zur Verfügung gestellten Access benutzen, um dann eben dort zu testen? Natürlich sollt ihr nicht irgendwelche Brute-Force-Angriffe dafür verwenden. Das ist klar. Aber in den meisten Fällen müsst ihr irgendwie euch selbst registrieren oder eben ihr bekommt von denen einen Zugriff dafür, dass ihr da was testen könnt. Und die größte Sache kommt zum Schluss. Und zwar, ist das Ding Public oder ist es Private? Und das ist der große Punkt jetzt hier. Private-Programme sind natürlich sehr begehrt, weil man hat nicht so viel Konkurrenz. Denn wie gesagt, ein Bug-Bounty-Hunter wird immer nach dem bezahlt, quasi was er gefunden hat. Und wenn ihr jetzt hierher geht und ihr seid in den Privaten drin, dann habt ihr vielleicht nur 20 Leute, die eure Konkurrenz sind. Während wenn ihr in einem Public-Bug-Bounty-Programm drin seid, dann habt ihr potenziell die gesamte Menschheit als Konkurrenz. Konkurrenz, ja. Und dementsprechend ist es natürlich deutlich schwieriger, was zu finden, als wenn man jetzt in den Privaten drin ist. Aber um in Privat reinzukommen, muss man schon bei einigen Public-Verfahren was gefunden haben. Sprich, man muss schon gezeigt haben, dass man ganz gut ist. Deswegen ist es da gar nicht so einfach reinzukommen. Wenn ihr Connections habt, versucht immer in Private-Programme reinzukommen. Wenn nicht, dann nehmt halt die Public. Da kann man schon was finden. Es ist nicht so, als wäre da plötzlich alles weg. Denn ich habe ein paar wichtige Tipps für euch, was ihr da vielleicht noch beachten könnt. Okay, das allererste. Und ja, ich weiß, solche Tipps sind natürlich danach schwierig, wenn sie jetzt viele gesehen haben. Aber immerhin haben wir es hier mit einer internationalen Community zu tun. Wenn ihr bei so einem gigantischen Projekt mitwirkt, wie zum Beispiel sternchen.example.com, das ist ja ein gigantischer Pentest. Ja, das ist ein gigantisches Bug-Bounty-Programm, weil alles dazu gehört. Dann ist eure Chance relativ gering, dass ihr auf example.com, also auf der Haupt-Webseite, was findet. Weil alle da als erstes gucken. So, das heißt, euer Ding ist eigentlich eher, ihr macht einen Scan und ihr findet, welche Unterseiten gibt es davon noch. Und das heißt, was läuft da sonst noch auf dem Server drauf? Welche Subdomains gibt es da? Und fangt dann mit einer von den Subdomains an. Weil die Hauptseite, da stürzen sich am Anfang alle drauf. Die wollen ja alle haben. Auf den Subdomains, da verteilt es sich dann ein bisschen. Das ist so mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, versucht, die Seite zu verstehen. Das heißt, versucht zum Beispiel mit gewissen Racken-Modulen, wie zum Beispiel Nmap oder wir haben hier schon so viele behandelt. Das ist alles da rein, ja. Solche Tools geben euch Auskunft darüber, wie eine Seite eigentlich arbeitet. Und versucht zu verstehen, woher kommen Requests, wenn ihr euch einloggt? Wohin gehen Requests, wenn ihr euch einloggt? Was genau machen die einzelnen Seiten? Was ist der Sinn dahinter? Versucht zu verstehen, wie das Ganze modularisiert wurde. Also, wo ist was eigentlich aufgeteilt? Was für Subdomains gibt es eigentlich? Und ja, wofür sind die Subdomains eigentlich zuständig? Kommunizieren die zwischeneinander? Oder, oder, oder? All diese Dinge sind sehr, sehr interessant. Ich meine, wir haben hier schon sehr viel zu Web App Pentesting gemacht. Es gibt eine ganze Playlist dazu, die könnt ihr euch gerne angucken. Verlinke ich auch in den Infokarten, beziehungsweise am Ende in der Endkarte. Ähm, aber ja, dort findet ihr sehr, sehr viele Infos dazu. Und versucht zu verstehen, wie diese Infos zu verwerten sind. Weil, wenn ihr das habt, dann sind eure restlichen Pentests viel, viel einfacher, als wenn ihr jetzt einfach nur, sagen wir mal, einfach Skript und fertig und laufen lassen. So, das kann jeder machen. Aber die Logik hinten dran verstehen, das ist was, das muss man üben. Und das ist schon ein bisschen schwerer und deswegen auch erfolgsversprechender. Der nächste große Punkt ist, ihr müsst schnell sein. Und ja, wie wird man eigentlich schnell? Naja, indem man automatisiert. Das heißt, ihr müsst natürlich euch auf die Programme stürzen, die neu sind. Man kann natürlich, wenn man sehr gut ist, sich auf alte Programme stürzen und dort die Sachen rausfinden, die sonst noch niemand gefunden hat. Die Chancen, da noch was zu finden, sind allerdings eher gering. Deswegen stürzt euch lieber auf die neuen Dinge, wo noch nicht so viele Leute dran waren und versucht dort Bugs zu finden oder Schwachstellen zu finden. Und deswegen benutzt Tools. Also versucht nicht irgendwie Tools zu verwenden, die jeder verwendet, sondern lernt Programmieren und schreibt euch eure eigenen Tools, damit ihr euren Workflow automatisieren könnt. Also zum Beispiel habt eine Liste mit Dingen, die ihr immer machen wollt oder die ihr quasi von oben nach unten abarbeitet und versteht, wie das Ganze funktioniert. Habt dann quasi ein Notizbuch sozusagen, wie auch immer ihr das Ganze organisiert, wo ihr alles notiert, damit ihr am Ende wisst, was ihr macht. Und dann eben versucht, die einzelnen Dinge zu automatisieren. Versucht Plugins zu schreiben, die euch wirklich helfen. Und dann werdet ihr relativ schnell sein und natürlich immer schneller werden, je mehr ihr davon macht. Deswegen, je mehr ihr Bug Bounty Hunting macht oder auch CTFs macht, desto schneller und besser werdet ihr dabei. Und ja, desto mehr findet ihr natürlich auch. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, seid vor allem am Anfang nicht allzu traurig, wenn euer Bug vielleicht kein neuer Bug ist, also über ein Duplicate. Das bedeutet im Endeffekt, jemand anders hat den Bug vor euch reportet und naja, er wurde halt noch nicht gefixt, während ihr das Ganze gemacht habt. Das ist sehr schwierig und ja, ich verstehe, dass es ein bisschen frustrierend sein kann, wenn man nicht was findet, was neu ist oder sowas. Wenn man vielleicht sehr, sehr lange braucht, um überhaupt was zu finden, das ist normal. Deswegen, Bug Bounty Hunting ist vor allem am Anfang eher ein Verlustgeschäft. Das heißt, macht es eher als Übung, weil ihr habt legale Ziele, die ihr hacken dürft. Macht es, weil es euch Spaß macht. Macht es aus Übung und vielleicht irgendwann werdet ihr tatsächlich mehr damit verdienen. Vielleicht steigt ihr aber auch einfach um und nehmt quasi einen Job in der Richtung an. Das kann beides sehr, sehr gut sein. Ihr könnt natürlich euch darin absolut perfektionieren und wirklich viel Geld damit verdienen, wenn ihr euch in einem Bereich sehr gut auskennt. Aber es muss nicht immer so laufen. Es kann auch einfach nur eine sehr praxisnahe Übung sein, sozusagen. So, und der letzte Punkt, den wir besprechen wollen heute, ist natürlich die Dokumentation. Weil am Ende habt ihr natürlich immer was, was ihr abgeben müsst. Ein Dokument, was quasi die Schwachstelle enthält, für die man dann entlohnt wird. Und hier ist es wichtig, dass eure Dokumentation auch wirklich gut ist. Denn wenn ihr eine gute Dokumentation habt, dann werdet ihr eher in private Bug Bounty Programme eingeladen. Und wie gesagt, die sind natürlich sehr angenehm, wenn man da reinkommt. Deswegen versucht, die Beschreibung erstmal möglichst kurz, aber sehr prägnant zu halten. Das heißt, ihr beschreibt den Bug nicht irgendwie ausufernd oder die Webseite irgendwie, die wissen, was die Webseite tut, sondern versucht einfach zu beschreiben, was genau tut der Bug, wie kann man ihn erreichen und was könnte vor allem auch dadurch passieren. Also das heißt, wie schlimm ist eigentlich diese Schwachstelle? Warum ist sie so schlimm? Und warum sollte sie ganz dringend gefixt werden? Das bestimmt am Ende auch, wie viel ihr als Bezahlung bekommt. Ihr müsst bei so einem Dokument am Ende immer einen vollen Proof of Concept abgeben. Das heißt, wirklich alles erklären und alles auch beweisen, was ihr da habt, damit man es auch nachvollziehen kann, als jemand, der das nicht gemacht hat. Und das ist, wieder erwarten, gar nicht immer so einfach. Denn man muss sich genau dokumentieren, welche Schritte man eigentlich genommen hat, um diesen Bug oder diese Schwachstelle zu produzieren. Es ist nicht immer so einfach zu sagen, ich habe hier eine SQL Injection gefunden, ich habe diesen String angegeben. Sondern man muss genau sagen, als welcher User hat man sich eingeloggt, wie hat man sich genau eingeloggt, hat man vielleicht noch irgendwelche Einstellungen aktiviert und was genau hat man dann eben getan, um diesen Bug auszulösen. Das lässt sich meistens nicht verallgemeinern und ist schon sehr speziell. Das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, wenn natürlich Rückfragen kommen, dann müsst ihr die natürlich auch beantworten können, ist logisch. Aber ja, das ist so ziemlich das Wichtigste. Und ich verlinke euch in der Beschreibung unten noch ein paar Webseiten, wo ihr mit Bug-Bounty-Programmen anfangen könnt. Ein paar davon sind euch sicherlich bekannt. Ich habe hier die bekanntesten eigentlich aufgelistet, sowas wie HackerOne kennt eigentlich fast jeder. Das ist die Plattform, die ich eigentlich so ziemlich jedem ans Herz legen würde für den Anfang. Und dann eben noch ein paar andere, wo ihr auch anfangen könnt. Was ihr vielleicht auch noch brauchen könnt, sind meine Security-Playlists. Da findet ihr, wie gesagt, sehr, sehr viel Wissen über Security oder auch die Web-Development-Playlist. Da findet ihr sehr viel über Web-Development. Schaut da mal rein. Vielleicht findet ihr ja was, was euch sehr fasziniert und ihr könnt euch dann da drauf irgendwie vertiefen oder sowas. Meine Empfehlung hier nochmal ganz, ganz wichtig. Schaut euch das Video von Kanzlei WBS an. Das ist enorm wichtig, wenn ihr mit Bug-Bounties anfangt. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.